moin moin und hallo heute möchten wir euch eine art der klick ratensteigerung nahe bringen und zwar das butterfly system auf eurer maus wie funktioniert das butterfly system ich er zeigt euch wieder auf diesem tisch ihr nehmt zwei finger am besten von der gleichen hand und könnt diese ja im wechsel hoch und runter bewegen und wenn ihr das ganz schnell hinbekommt dann hört ihr schon am tisch das hört sich an wie kommando pimperle wenn ihr das jetzt auf eure maus übertragt und dies am unteren ende eures maus buttons macht egal ob rechts oder links das ist gerade die taste die er benutzen wollen also am unteren ende das benutzt und wenn eure maus auch noch unten eine aussparung hat das haben halt viele mäuse ich werde eine unten verlinken als beispiel dieser hat es jetzt leider nicht aber es funktioniert auch mit ihr dann könnt ihr sehr hohe klickraten erzeugen welche euch zum beispiel in minecraft und anderen spielen helfen wird wir demonstrieren das jetzt mal hier wie schnell das möglich ist zwei finger drauf und ab die post ihr seht das geht ganz zügig die klick rate geht hoch und ihr habt mehr klicks ihr könnt schneller bauen ihr könnt schneller und etwas anderes machen so dann sage ich vielen dank fürs zuschauen bitte abonniert mich gibt mir ein positives feedback und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten male Vielen Dank.